Wer diesen Korken hier knallen lässt, der verliert möglicherweise seine Daten. Auch der Schuss mit dieser Patrone, der geht definitiv nach hinten los. Ja, es ist schon unglaublich, was für verrückte USB-Sticks es gibt. Zu den harmlosen Varianten zählt dann noch dieses praktische Armband, das sich bei Bedarf in einen Stick umwandeln lässt. Wie wäre es zum Beispiel mit einem USB-Stick mit dem eigenen Aussehen oder mit einer ganz speziellen Visitenkarte mit Datenschnittstelle? Vor genau 25 Jahren wurde die Grundlage für diesen Spaß geschaffen. Dann wurde nämlich der USB-Stick erfunden. Im Jahr 2000, da gab es die simultane Markteinführung durch IBM auf der einen Seite und Track 2000 International auf der anderen Seite. IBM, die nannten ihr Produkt Disk-on-Key, die Technik, die kam von M-Systems, während Track 2000 den Begriff Thumb Drive dann prägte. Die technischen Voraussetzungen in den späten 1990er Jahren waren dergestalt, dass es ja schon Flash-Speichermedien gab, wie Compact Flash, die Karte, die wir ja auch von Digitalkameras kennen, Smart Media Cards, PC Cards. Und 1996, da führte Intel den USB-fähigen Chipsa 440FX ein, der auch eine ganz wichtige Rolle spielen sollte bei der Erfindung des USB-Sticks. Und wir erinnern uns, das war noch das Zeitalter, wo die Leute noch mit Floppy-Discs gearbeitet haben, mit Zip und Jazz-Drives, die ja immerhin so 100 Megabyte oder mehr ermöglichten, oder mit magneto-optischen Scheiben. Ja, und sehr beliebt war in der Zeit ja auch dann die CD oder DVD, die man selber dann mit einem Brenner beschreiben konnte. So mancher hat ja eine wilde Filmesammlung noch irgendwo im Keller rumliegen. Sprechen wir über die technischen Details. Die Hauptkomponenten, das sind zum einen ein NAND Flash-Speicher-Chip, der Controller und die Firmware. M-Systems, die entwickelten das Disk-on-Chip-Konzept im Jahr 1995, das dann mit Managed Flash und Controller und Firmware daherkam. Und sie schufen auch ein spezielles Dateisystem, 2FFS, was das Ganze erst dann nutzbar machte. Aber so ganz einfach war das von Anfang an nicht, denn keiner hat ja diesen USB-Stick dann erwartet und folglich war es dann so, dass bei den verbreiteten Betriebssystemen Windows 98 und NT dann schlichtweg die Treiber fehlten, um diese USB-Mass-Storage dann anzusprechen. Diese Treiber, die kamen erst serienmäßig dann mit Windows ME und Windows 2000 und in vielen Fällen war es ja auch so, dass die Leute nicht mal USB-Ports hatten. Entsprechend musste man die dann nachrüsten, um eben einen solchen USB-Stick nutzen zu können. Die ersten Modelle von IBM, das Disk-on-Chip, hatte 8 bis 32 MB Kapazität, aus heutiger Sicht natürlich lachhaft. Und das Track Thumb Drive war mit 16 bis 128 MB unterwegs. Die Preise waren auch astronomisch, das ging bei 189 DM los und man wurde dann bei den größeren Speicherausstattungen dann auch mal locker 1.000er los. Dafür bekam man dann aber eine Schneckengeschwindigkeit, im Lesen 0,7 MB pro Sekunde und im Schreiben 0,4 MB pro Sekunde. Also bei heutigen Dateigrößen könnte man dann nicht nur einen Kaffee trinken gehen. Die Entwicklung des USB-Sticks ging dann aber munter weiter. Sie hielt aber bei der Kapazität dann zuletzt bei 2 TB an. Also wenn man heute mal in den Online-Handel guckt, was es da so gibt, dann ist das Höchste dann eben wirklich 2 TB. Sehr verbreitet sind 1 TB Sticks oder aber auch Kapazitäten darunter. Die beste Preisleistung findet man meist so in dem Bereich zwischen 64 und 256 GB vor. Die Verkaufszahlen, die hatten so ihren Höhepunkt in den Jahren 2012, 2016. Da wurden 16 Millionen USB-Sticks abgesetzt. Seither geht es rückwärts mit den Verkaufszahlen 2023. Da hatten wir noch knapp über 10 Millionen Verkäufe. Ja, und die Konkurrenz durch den Cloud-Speicher, die ist halt sehr mächtig geworden. Es gibt auch Probleme mit den USB-Sticks, nämlich mit Fälschungen, die teilweise schadhaft sind. Und es hat sich eben gezeichnet in den letzten Jahren, dass der Fokus sich zusehends auf das Design gerichtet hat, statt dann noch technische Innovationen voranzutreiben. Also mal schauen, wie viel vom USB-Stick in 5 Jahren noch übrig bleibt. Wir berichten natürlich auf heise.de darüber. Aber es geistern ja auch heute noch vereinzelt Floppy-Discs durch die Gegend. Also ganz so pessimistisch muss man nicht sein. Und ja, natürlich gibt es dazu auch einen USB-Stick.